Nachdenkseiten Die kritische Website Corona. Fast alle noch in Amt und Würden. Nichts ist aufgearbeitet. Ein Kommentar von Tobias Riegel Die meisten Akteure der Corona-Politik tun so, als sei nichts geschehen und sie erscheinen unangreifbar. Auch als Folge des Medienverhaltens musste bis jetzt kein Prominenter Verantwortlicher echte Konsequenzen tragen. Gleichzeitig werden Kritiker der Corona-Politik noch immer diffamiert oder juristisch verfolgt. Nach wie vor steht die Welt bei diesem Thema also politisch-moralisch-medial auf dem Kopf. Wird dieser Zustand nicht geändert, bleibt eine Wiederholung des Desasters wahrscheinlich. Der Gerechtigkeitssinn vieler Bürger wird im Zusammenhang mit der Corona-Politik weiter einer harten Probe unterzogen. Auf der einen Seite werden noch immer Andersdenkende angeklagt und verleumdet. Auf der anderen Seite musste bisher kein einziger prominenter Akteur der offiziellen Corona-Politik politische oder eine andere Art der Verantwortung übernehmen. Beispiele folgen weiter unten im Artikel. Ein Aussitzen wird geprobt. Ein Aussitzen, wie es momentan geprobt wird, kann langfristig nicht funktionieren. Wenn Millionen Menschen ungerecht behandelt und beschimpft wurden, wie zum Beispiel die nicht geimpften Bürger, oder massiv in ihrer Entwicklung gestört wurden, wie zum Beispiel die Kinder und Jugendlichen, und wenn die Datenbasis für diese Handlungen so offensichtlich unseriös war, wie es die Bürger erleben mussten, dann wird sich das irgendwann ein gesellschaftliches Ventil suchen. Dazu kommen die Geschädigten durch die neuen Impfstoffe. Dieses Konfliktpotenzial zu ignorieren, ist gesellschaftlich total verantwortungslos. Das müssten eigentlich auch hartgesottene Anhänger des offiziellen Narrativs einsehen. Aufarbeitung muss sich nicht auf juristisches Vorgehen und den Sturz von Bauernopfern beschränken. Um eine Wiederholung eines ähnlichen Desasters wie die Corona-Politik zu verhindern, müsste endlich auch offiziell anerkannt werden, dass die genutzte Datenbasis für alle Maßnahmen unseriös war, mutmaßlich vorsätzlich. Die gesamte Argumentation, die ja auf den Inzidenzen und den An- und Mit-Corona-Verstorbenen beruht, steht darum stark im Zweifel. Ein solches Zahlenwerk darf nie wieder als Grundlage akzeptiert werden. Im Namen der Gesundheit darf sich zudem nicht wiederholen, wenn es sich um eine dem Coronavirus vergleichbare Gefahr handelt, die offensichtlichen Fragen einfach nicht gestellt werden. Es wird vermieden, die Aushebelung einer freien, egalitären und solidarischen Bürgergesellschaft durch Grenzschließungen, Lockdowns, Demonstrationsverbote, Elternentrechtung, indirekte oder partiell direkte Impfpflichten und Verfolgung von Maßnahmenkritikern als Irrweg zu benennen. Die Rechtsverletzungen bei der Zulassung der Covid-Impfstoffe werden aus der Diskussion herausgelassen. Die Frage, wie es möglich war, dass dies alles bei Medien, Experten und Bevölkerung nicht auf nennenswerte Opposition gestoßen ist, wird umgangen. Zahlreiche Wissenschaftler haben einen offenen Brief unterzeichnet, zu finden innerhalb des Artikels verlinkt. Darin fordern sie eine Kommission zur Aufarbeitung der Pandemie. Zitat Ende. Auf internationaler Ebene setzt aktuell eine Petition an, die sich gegen den WHO-Pandemievertrag und eine Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften IHR richtet, die beide der Weltgesundheitsorganisationen mehr Macht verleihen könnten, so der Aufruf. Norbert Hering schreibt verlinkt in einem Artikel darüber. Unbehelligter Rückzug Lothar Wieler, Jens Spahn Wie eingangs gesagt, meines Wissens musste kein einziger prominenter Corona-Akteur aus Politik, Medien oder Zivilgesellschaft für die Handlungen gerade stehen. Wenn ich Beispiele für ein solches gerade stehen übersehen haben sollte, würde ich mich über Hinweise der Leser freuen. Einige Verantwortliche der Corona-Politik haben wegen des letzten Regierungswechsels ihre Ämter geräumt. Aber beispielsweise Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn kann immer noch auftreten, als sei er durch seine Corona-Politik überhaupt nicht politisch-moralisch belastet. Außerdem hat Ex-RKI-Chef Lothar Wieler seine Stelle verlassen. Das geschah jedoch nicht unter Druck, sondern anscheinend freiwillig. Zudem wurde der Corona-Erklärer des RKI, ZDF, dann noch mit wohlwollenden Berichten verabschiedet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen könnte laut Medienberichten möglicherweise in den Fokus der EU-Staatsanwaltschaft geraten sein, wegen des SMS-Austausches mit Impfstoffproduzenten. Die Behörde hält sich zur Entwicklung des Falls bedeckt. In der gleichen Sache hat die New York Times auf Herausgabe der SMS geklagt. Aktuell hat laut Medienberichten zusätzlich ein belgischer Lobbyist vor einem belgischen Gericht Klage gegen von der Leyen eingereicht. Hier ist also möglicherweise etwas in Bewegung. Aktuell aber ist auch die EU-Kommissionspräsidentin noch unangefochten in Amt und Würden. Ich möchte aber betonen, dass es meiner Meinung nach prinzipiell gut ist, dass die Hürden für eine Anklage gegen aktive Politiker hoch sind. In Deutschland mussten sich nur einige politische Hinterbänkler, etwa wegen Maskendeals, zurückziehen. Das ist aber zum einen keine angemessene Aufarbeitung, zum anderen hat es viele Bürger empört, dass einige dieser Akteure die Provisionen aus diesen Deals behalten durften. Die Querdenker und die Justiz Der Toleranz gegenüber den Hauptverantwortlichen steht eine harte Aufarbeitung der Handlungen von Kritikern der Corona-Politik gegenüber. Ich fühle mich von Teilen der Querdenker und von Michael Ballweg nicht politisch vertreten. Aber die Länge seiner Untersuchungshaft und andere Umstände seines Falls über die Medien berichtet haben, finde ich doch bedenklich. Ich kann mögliche finanzielle Fehltritte von Ballweg selbstverständlich nicht ausschließen und ich möchte einem Urteil und der Begründung nicht vorgreifen, aber doch die Frage stellen, ob mit ihm so konsequent ins Gericht gegangen würde, wenn er nicht politisch aktiv wäre. Diese Frage ist aber keine juristische und prinzipiell gilt auch in diesem Fall. Die Straflosigkeit des einen würde nicht die Straflosigkeit des anderen rechtfertigen. Ein anderer prominenter Fall, bei dem ein Kritiker der Corona-Politik juristisch sehr konsequent verfolgt wird, ist der Vorgang um den sogenannten Maskenrichter von Weimar. Das Medium Legal Champion Online erinnert in einem aktuellen verlinkten Artikel an den Fall. Der Richter sei wegen Rechtsbeugung gemäß § 339 StGB angeklagt, da er vor fast genau zwei Jahren im Rahmen einer Kindschaftssache für alle Kinder an zwei Schulen fast jegliche Schutzmaßnahmen für beendet erklärt hatte. Eine meiner Meinung nach richtige Entscheidung, damals wie heute. Es gibt aber erhebliche Zweifel an der Zuständigkeit und den Verdacht einer möglichen Anmaßung durch den Richter. Etwa der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte das Handeln des Richters als ausbrechenden Rechtsakt bezeichnet. Der Beschluss aus Bayern habe für das Verfahren in Thüringen allerdings keine Rechtsfolgen, so der Bericht. Dem Urteil und der Begründung sollen hier nicht vorgegriffen werden. Aber die Umstände rund um den Fall des Richters, Hausdurchsuchungen etc. erschienen damals sehr fragwürdig und haben mutmaßlich eine einschüchternde Wirkung für andere Richter entfaltet. Es laufen zahlreiche weitere juristische Verfahren gegen Bürger, die sich angeblich der illegalen Bereitstellung von Maskenattesten schuldig gemacht hätten und ähnliches. Manche Medienakteure zählen diese Verfahren hämisch auf, als seien sie ein Beleg dafür, dass man damals im Recht war, damit Andersdenkende zu diffamieren. Beispielhaft für ein anderes Vorgehen, das nach wie vor viele Andersdenkende trifft, die Diffamierung, sei hier der Fall des Professors Michael Mayen erwähnt. Im Artikel »Schuldig der Querdenkerei«, wie eine Münchner Uni ihren Professor loswerden will, ist beschrieben, wie die LMU München Main loswerden will und ihn dem Verfassungsschutz meldete. Der Vorwurf »Seine Kontakte ins Querdenkermilieu«. Machen es andere Länder besser? Ein Blick nach England zeigt, dass es auch anders laufen kann. So hat sich dort eine große Zeitung bei den Maßnahmenkritikern entschuldigt. Außerdem haben die dortigen Lockdown-Files verstörende Einblicke in das Pandemie-Management in Großbritannien ermöglicht. Eingefügt in den Artikel dazu einige Berichte. Die Nachdenkseiten sind in weiteren verlinkten Artikeln darauf eingegangen. Ob das allerdings in eine angemessene Corona-Aufarbeitung in Großbritannien münden wird, bleibt abzuwarten. Das Wichtigste für uns Bürger, eine Wiederholung muss konsequent ausgeschlossen werden. Dass eine echte Aufarbeitung nicht einfach so eintreten wird, habe ich in einem verlinkten Artikel beschrieben. Zu viele Menschen haben mitgemacht, die nun auf die Vergesslichkeit hoffen. Es gibt keine Instanz mit großer Reichweite, die sich mit einer Aufarbeitung nicht selber belasten würde. Medien, Politiker, Gewerkschaften, Ärzte und so weiter. Durch Untätigkeit wird aber riskiert, dass sich so ein Desaster eben doch wiederholen könnte. Hat jedes Land die Aufarbeitung und damit die Zukunft, die es verdient? Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Und dann können Sie mich über Ihre Unterstützung und dieproveiten-Werkschaften. Bis zum nächsten Mal.